Willkommen zu einem Beispiel für eine Reflexionsübung. Sie zeigt Ihnen, wie Sie sich verschiedene Aspekte, Ansätze, Denkweisen, Wahrnehmungen und Bedeutungen in Bezug auf ein Thema bewusst werden können. In dieser Übung beschäftigen wir uns mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Die Fragen sollen Sie für die verschiedenen Aspekte rund um die vier Elemente sensibilisieren, Ihre eigene Herangehensweise und Ihren Hintergrund reflektieren und Sie dazu bringen, über mögliche Maßnahmen zugunsten der Nachhaltigkeit nachzudenken. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Fragen, Teasern und Vorschlägen. Wie im. bevor wir uns über die Einladung verwenden, Der ist die W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Wir werden die Kängstilons aus der Übung verwenden, und wir können Sie gerne mit dem Schrauf machen eine verrückt, wenn Sie sich die W-W-W-W-W. Ich nehme die Karte, die ich habe, und ich nehme die Karte, die ich mit der Karte habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020